. . . . Ich war einer, der schon als kleiner Junge immer das wild verstehen wollte. Ich glaube, mirете doch, man kann das. In der Zwischenzeit bin ich schlauer geworden. Das ist eigentlich nur mein Ziel, bei Föhn mehr als 1500 km weit zu fliegen an einem Tag. Das Ziel treibt mich jetzt noch an. Du gehörst richtig zu ... Es klingt hier, wie jemand kommen würde. Ja, es geht. Nicht mehr Platz. Unglaublich. Solcher Sturm und diese Hitze. Das sind Kräfte, die ... Ja, die einem auch ein wenig nachdenklich machen könnten. Die meisten sagten, nein und so, nein, der macht alles kaputt, ich mag den nicht und so. Und ich habe als Kind wirklich empfunden, fast ein wenig mitlebt mit dem Föhn, weil ihm niemand mehr gegeben hat. Das ist für mich eigentlich ganz klar. Wenn der Föhn kommt, der bläst er innen weg. Ich glaub, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein wenig nach, Vielen Dank.